Dankeschön Deutschland! Vielen Dank für diese wundervolle Auszeichnung. Ich freue mich sehr, dass How I Met Your Mother oder wie ich eure Mutter kennengelernt habe, Deutschland so beliebt ist. Ich danke Ihnen im Namen der Darsteller und Autoren und allen anderen Personen, die an der Serie beteiligt sind. Bleiben Sie uns treu! Bleiben Sie uns treu! Dankeschön! Prosit!